Hallihallo, hallo hier und herzlich willkommen zurück zu... Wow, wie viele Tiere. Animal Crossing New Leaf. Ich würde sagen, zuallererst bringen wir mal die ganzen Tierchen jetzt weg. Wenn wir schon so viele Tiere haben, dann bringen wir zuerst jetzt mal alle weg. Los geht's. Letztes Mal... Oh, es regnet übrigens gerade. Beim letzten Mal hatten wir ja Besuch von Jazz und Lisa und Marek. Und... Ja, Jazz hat mir den Affen geklaut. Jazz, also die liebe Uta wollte ja ausziehen, das wissen wir ja. Aber sie hat mir den geklaut. Sie hat mir einfach den Affen geklaut. Jetzt wohnt der Affe bei ihr. Die Sau. Sonst hat sie mir nicht Roland geklaut. Roland behalte ich. Bis auf den Tod. Bis auf den Tod. So, das stiften, 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 stiften. Und stiften. Sehr gut. Und das Museum her vollkriegen. Natürlich nimmst du die gerne entgegen, wusste ich doch. Äh, ne, das war's erstmal. Sehr gut. So, jetzt reden wir nochmal ganz kurz mit Sina. Vielleicht reden wir endlich mal die Nähmaschine. Dann machen wir im nächsten Part mal ein bisschen Designs und so weiter. Gucke ich mir ein paar Designs mal an. Äh, wie gesagt, Designs und so weiter. Und, und Freundescode, äh, meinerseits, steht alles unten in der Videobeschreibung. Einfach mal rein luschern. Dann wischt er Bescheid. Dann wischt er Bescheid. So. Mir tut das Bein mir gerade weh. Hey, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wieder nur Scheiße zu verkaufen. Ah, ich will immer auf Y drücken. Wenn ich noch Ratuichi aufgenommen habe. Willkommen, Riki. Wie sieht's? Ah, wir sind immer sehr beschäftigt. Meine Schwester Minna hat nach lange Zeit wieder zu uns gezogen. Wir haben den Laden erweitert. Das heißt auch, dass es jetzt noch mehr zu tun gibt. Da hast du recht, Schwesterchen. Also, Minna, zurückkehrt. Da haben wir ja nicht nur den Laden vergrüßt, sondern auch unser Sortiment. Minna hat eine Weile bei der berühmten Mörderschöpferin in Grazia gearbeitet. Hm. Grazia hat damals den Künstlernamen Samantha gegeben. Jetzt möchte die Schwesterchen von Main City aus dem Label Samantha die ganze Welt erobern. Oh, aber Tina, es ist nicht etwas Panik, unser Luftschlösser so für Riki darzustellen? Aber nein, Schwesterchen. Für solche Träume muss man sich ganz und gar nicht schämen. Also, wie gesagt, Riki. Wir würden uns freuen, wenn du als Bürger machst, wenn du jetzt hier das Label Samantha als das Symbol unserer Stadt bewerben würdest. Ja, gerne. Riki, danke, dass du unser Laden so oft beehrst. Ich muss dir auch danken. Also, vielen Dank. Ich bin dankbar, dass ich mit meiner Schwesterchen diese schönen Arbeiter lehne. Ich wünsche dir... Mann. Gib mir die Nähmaschine und halt die Fresse. Boah. Dig. Ich fange... Warum rede ich so viel? Warum sage ich so viel Dinger in letzter Zeit? Dinger, was ist los? Irgendwie schlechten Einfluss. Irgendwas hat schlechten Einfluss. Wo habe ich denn 99.000... Ach ja, stimmt, haben mir Leute geschenkt. Danke übrigens nochmal dafür. Dann können wir hier nochmal alles eben kaufen, damit der sich auch mal erweitert schlepp und nepp. Ich möchte mal einen größeren Markt haben. So. Schauen wir mal. Oh, eine Handelbank. Ich muss sowieso wieder trainieren. Und einen Stuhl. Oh, weiß nicht mehr, du kommst was. Den Unbaumaßnahmen bleibt unser Laden am 4. September geschlossen. Alles klar, soweit wir... Okay, wird super. Geschenkpapier möchte ich gerade nicht. Vor allem, habt ihr denn endlich mal Tapeten und so einen Scheiß? Ich kann nicht mein Haus, meine ich, wieder schöner machen. Mal ganz kurz das hier mit. Handelbank. Oh ja, Handelbank möchte ich auf jeden Fall. Neh mich. Neh mich. Jo. Danke. So. Bitte, bitte, bitte. Mach ich mal wieder gerne. So, jetzt wolle ich... Wolle ich natürlich. Jetzt will ich noch ganz schnell 99.000 an mein Haus bezahlen. So. Hallo. Willkommen bei der Aktion. So. Habe ich schon bezahlt? Habe ich schon bezahlt? Okay. Dann gehen wir halt jetzt zu Tom Nook und holen uns erstmal wieder Schulden. Dann habe ich mein Haus schon vergrößert. Ich kriege das alles gar nicht mehr mit. Was ist denn hier los? Jo, was geht ab? Willkommen, willkommen. Meine Güte. Richtig, schön, dass du hier bist. In dein Haus hast du jetzt viel mehr Platz. Achso. Zeit für Zahlen. Kosten noch 100. Buuuu. Ich will es vergrößern, ja. Tut mir leid. Aber solange dein Quadrat nicht bezahlt hat, kann ich kein Auto. Achso. Jetzt. Okay. Da ist auch wieder viel Geld. Ist das richtig viel Geld? Ist das richtig viel Kohle? Ist aber kein Ding für uns. Kein Ding. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal... Das, was da ist. Eine Kreditrückzahlung. Machen wir schon mal 97.000. Achso, ich habe jetzt nur 97 Cent bezahlt, oder? Ja, habe ich. Bin so ein Genie. Wirklich. Neun, sieben. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Nur noch 100.000 Sternis. Nur noch. In Anführungsstrichen. So. Da-dam. Da-dam. Guten Morgen. Also für mich morgen, für euch, weiß ich noch nicht, wann der Part kommt. Am 4. September auf jeden Fall baut er hier um. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir dann auf jeden Fall einen schönen, großen, mächtigen, gewaltigen Laden. Oh, was ist das? Ach, stimmt. Ich habe ja hier das Ding fertig gebaut, ne? Campingplatz von ManCity. Okay. Was zur Hölle bringt der Campingplatz? Meine lieben Freunde. Ich möchte wissen, was der Campingplatz bringt. Ich habe auf jeden Fall einen gebaut, weil Camping, Wohnwagen, ne? Passt zusammen. Deswegen habe ich es gemacht. Ich mach mal eine Schaufel. Achso, die habe ich alle ja weggepackt, ne? Ich suche natürlich den Geldstein jetzt gleich wieder. Oh, so viel Unkraut auch noch. Da bist du ja doch wieder. Ich dachte, du hättest endlich aufgegeben, den üblichen Machenschaften überwachen wollen. Aber wahrscheinlich kommst du jetzt doch wieder aus der Kontrolle vorbei, oder wie sehe ich das? Tja, zu früh gefreut, da muss ich mich wohl doch wieder benehmen, was? Ja, musst du. Post. Von Mama. Ja, ist halt wieder ein leckeren Geschenk. Natürlich, was man muss ein paar davon in denen stehen würde. Von Toro. Heute ziehe ich weg unser verrückter Abenteuer. ManCity werde ich aber nie vergessen. Mach es auf dich auch. Immer schön ein Leckerchen. Toro. Ne Toro ist mir egal. Wenn Ronald mir nicht wegzieht. Von Alfredo. Am 6. Steigt mein Geburtstagsfeier. Bei dieser Gelänge nehme ich großzügigerweise Schenker. Dann kommt vorbei. Dann können wir das eigentlich mal vorbeigehen. Eigentlich mal am Geburtstag. Muss ich halt mal dran denken. Dass da am 6. Der Geburtstag ist. Aber da denke ich sowieso nicht dran. Ich muss das einfach mal im Brief. Kannst du mal halten. Oh, es ist ja tatsächlich noch vergrößert worden. Wie groß mein Haus einfach ist. Schon. Ist cool. Okay, alles mal wieder. Alles wieder rausholen. Alles was wir nicht brauchen, wird verkauft. Oh mein Gott, wie viel Sternis. Alles. Äh. Zack. 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 Perzack. Zack. Äh. Muss alles verkauft werden. Alles. Hier. Rü. Bär. Okay, auf jeden Fall geht es erstmal alles verkaufen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen, verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Halleluja. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Dann wieder zurück zum Haus, dann aber alles holen. Dann wieder, warte, Geld ist ja schon aufgefüllt. Ja, Geld habe ich aufgefüllt. Nochmal 83.000. Dann bezahlen wir doch mal 80.000, ne? Würde ich einfach mal so sagen. Haben wir nämlich voll Geld. Haben wir auch fast alles schon abbezahlt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Verkaufen möchte ich tatsächlich. Das, 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 das. Das, das. Das, 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 das. Oh, 1a-Pfirsichkorb. Ne, das möchte ich natürlich nicht verkaufen. Ja, komm, 7.000 gib mir. Gib halt her. So, ich habe doch noch mehr. So, die Pfirsiche möchte ich behalten. Geschenk entfernen. Was hat Mama mir denn geschickt? Ein Apfel. Ist mir egal. Äh, äh, von Uta. Uta ist auch ausgezogen. Ich weiß. So. Äh, verkaufen. Und zwar. Das, das, das. An die Heldenjacke eigentlich nicht das. Oder? Ne. Das, das. Das. Ja, nochmal tausendstern. Die ist wunderbar. Jetzt wieder zurück zum Haus. Da können wir vielleicht sogar gleich das ganze Haus auch komplett abbezahlen. Das wäre natürlich wieder schon sehr, sehr nice. Und wir fangen auf jeden Fall gleich das nächste Projekt an. Ich will auf jeden Fall noch eine Brücke haben. Da haben wir schon mal drei Brücken. Das ist super. Ich glaube, wir machen da rechts eine Holzbrücke, oder? Ich meine, da haben wir zwei Steinbrücken und eine Holzbrücke. Ich glaube, man kann nur drei Brücken bauen, ne? Oder? War das nicht so? Aber ich glaube, ich glaube, wenn wir eine Holzbrücke haben, dann habe ich auch ganz cool. Oder lieber Stein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das wäre ganz cool. So, wollen wir noch etwas ranne? Zack. 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 Alles weg. Als A-Physiker packe ich mal ganz kurz da rein. So, die hellen Jacke wollte ich eigentlich behalten, ne? Das beziehungsweise ziehe ich jetzt mal an. Oh, guck mal, da bin ich perfekt. Zelda, äh, ja, genau. Zelda angezogen. Mhm, Riki. Du siehst gerade voll aus wie Zelda. Warte mal, da warte ich auch mal. Los geht's. Oh mein Gott, siehst du aus wie Zelda. Ja, halleluja. Nicht. Song. Ja, halleluja. Ich bin nicht mehr. Ja, halleluja. Ja, halleluja.